So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufnahmesitzung von Unipop, Honeypop, Honeybee, was auch immer. So, wir sind hier bei 5, 4. Wir sind auch am quatschen mit Aiko. So was, oder? 5, 4, Minzgrün, genau. So, wir sind noch hier und dann würde ich sagen, sie hat schon... Ach ne, mit ihr waren wir ja fertig. Quatsch. Wir wollten zu Aiko gehen. Genau. Ähm, wir wollen zu Aiko. Okay, cool. Vielleicht ich will dich morgen? Ja, vielleicht. So, am Morgen. Donwood Park. Oh, oh boi. Same shit, different day, eh? Ja, so ist es. So, wir haben Nachrichten. Und zwar von 40. I finally got 40 pushups in one set. OMG, I was sweating like a pig after that workout. Lol, next time I'm going to 450. View photo. Swip, swap, 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 swap. Okay, Kiana. Bailey. It's so nice out this morning. We should go take a walk in the park one of these days. I love to have the company. Okay. Oh, ist ja süß, ey. Das ist ja echt süß. So. Putzig. Tralala. Was mich wundert ist, dass ich Tiffany kein neues Foto bekommen habe. Ähm. Sollte doch eigentlich im Prinzip theoretisch bei jedem Stufenaufstieg der Fall sein. Ist ja jetzt aber auch erstmal egal, was wir hier brauchen ist... Hallo. So. Erstmal hier, View Inventory. So, Drinks ist für nachts. Essen und Essen. So, und worauf steht die junge Dame eigentlich? Also, Unique. Unique ist für sie. Ähm. Gut, brauchen wir. Also, Unique brauchen wir. Zack, haben wir. Gut, ähm. Ah, okay. So, das ist Unique. Dann brauchen wir noch, äh, Gifts. Paintbrushes. Ja, warum nicht? Können wir auch noch ein bisschen aufpoppen? Oh, Puzzle Keys. Den liebt sie auf jeden Fall. Wenn sie den liebt, super. So, Food. Food, äh, Food. Food, 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 Food. Wie gesagt, ich suche immer irgendwas mit einem hohen Nutrition-Wert, aber auf der anderen Seite braucht man das gar nicht. Weil Nutrition-Value ist immer mal 100. Also, kann man ja mal hier sehen. Hier ist Nutrition-Value 4. So, das heißt... Coconut, Lemon... Und Orange. Warum nicht? So, also, die ist quasi so die Healthy... Auch immer. So. Wir wollten ja weiterspielen. Hier in aller Ruhe. Weil ich schon wieder auf die Uhr schielen bin. Ich habe eigentlich mehr gar nicht so viel Zeit, aber... Die Ico, die machen wir jetzt auch schnell. Klar oder so. Wir prüfen ihr Profil. Und sehen. Okay. 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 So, also, diese Dingsbums, die haben halt was mit... Wow, das ist eigentlich ein wirklich wertvolles Geschenk. Äh... Eigentlich weniger. Eigentlich habe ich nur das getan, was mir mein Ding sagt. Äh... Gut, das klingt jetzt verfänglich. So, worauf steht sie eigentlich? Moment. Sechs. Okay. Das heißt, wir geben ihr mal... Das da. Nice. Mein letzterer war irgendwie ausgewert. So. Und dann geben ihr mal das da. Wähle ich quasi... Ich will halt die... Du bist ein schlusser Kerl. Ich liebe es. Gut. Dann können wir nämlich... Wieder Gifts kaufen. Und zwar Trades. Und Trades für... Sexuality. Genau. Ach, das hätten wir schon länger machen können. Ja, dann machen wir das doch. Bam. Gut. Und dann können wir mit ihr jetzt mal... Tü-tü-tü-tü. Ein bisschen quatschen, glaube ich. Aber erst will ich in meinem Inventar mal ein bisschen Dinge umsortieren. Nämlich... Du runter. Du runter. Und bei dir will ich... Silver Ring. Was macht die? Consume 10 Renan Tokens on the grid. Broken Heart sind Joy Tokens excluded. Wunderbar. So. Special Item. Wofür auch immer wir das brauchen. Kann man die wegwerfen eigentlich? Nö. Kann man das wegwerfen eigentlich? Nö. Dann packen wir dich mal da hin. Die kann man wegwerfen. Den kann man wegwerfen. Den kann man nicht wegwerfen. Na gut. Ist ja auch egal. Wir wollten... Wieso sind denn jetzt auf einmal 7 verfügbar? Ach so. Available im Sinne von Anwesen. Es gibt im Prinzip... Ja, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Wunderbar. Komische Zellweise. Wir reden einfach mal mit der... Wer hat den Damen? Wunderbar. Wie definierst du Glück? Lots of virtual sex with anime girls. Das ist gut. Da sie total sexuell ist, würde ich eigentlich fast versuchen. Das ist traurig. Sorry. Ja, Ziele erreichen natürlich Ding. Man kann natürlich auch immer noch nach der Antwort suchen. Ja, ich habe dich so begonnen. Ja, wie gesagt. Bei ihr... Du bist mir ein honest Danzer. Ja. Was war dein erstes Mal so? Mit einer Mädchen, natürlich. Oh Gott, ey. Was sage ich denn da? Na, dann geht mal. Ha, was ein Lade von Sch***. Ja, genau. Ich habe mich überrascht. Was machst du meistens, wenn du nichts anderes zu tun kannst? Boah, da verstehe ich ja... Da verstehe ich ja nicht mal mehr, äh... Egal. Random. Egal. Ich auch. Ich dachte, ich war einfach weirr. So, du kriegst Essen. Essen, du magst ja... die frutigen Sachen. Mh, ziemlich gut. Danke. So, dann kriegst du noch mal Essen. Mh, ich liebe es. Ich liebe es. Wenn du in die frutigen und die Ruhe trippt einfach auf deinem Kinn. So, und dann... Das dann. Mh, ziemlich gut. Danke. Cool. Wir reden nochmal mit ihr. So, hey, Frage. So, ehrlich gesagt. Wie viele Mädchen sehen Sie gerade jetzt? Äh... Ja, schwierig. 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 Sind wir ehrlich? Oder... Ja, ich bin mal ehrlich. Ich respektiere deine Honestheit. Aber sie sind besser nicht kleiner als ich. Ja, gut. Ich habe mich überrascht. Was ist dein Kinnkampf? Huh? Wie viele Knoten hast du auf dem alten Knochen? Ähm... Also, sie ist wirklich sehr sexuelles Wesen, aber du darfst natürlich nicht angeben. So, nach dem Motto, ich bin der Größe. Haben wir ja inzwischen rausgefunden, aber... Ach ja, komm. Nein. Nichts worse als ein inexperienced Mann. Genau. Genau. Gut, gut, gut. So. Also, wir gehen mit ihr auf ein Date, weil sie hungrig nicht daten will. Äh, Food gibt's keins mehr für sie. Also, wir könnten ja schon noch Food... Ah, doch, Food gibt's noch für sie. Ha. Das ist ja fast super. Nehmen wir den doch auch noch mal mit. Wer weiß, wann wieder was reinkommt. So, sie ist total der Veggie, ne? Das finde ich ja raus, indem ich sag... Fruit Veggies. Fruit Veggies, Fruit Fruit. Okay. Dann quatschen wir nochmal mit dir. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Mal sehen. Langsame, die längere Beziehung, die du ever hattest? Oha. Wie alt sind wir eigentlich? Also, okay, gut zu wissen. Hier, isst mal was. Ich denke, ich werde das noch etwas für eine Salad einschalten. Jo, mach das. Und dann hier, nehm ich den nochmal mit. Das ist großartig. Die Lunchoptionen auf der Campus sind so gross. Genau, so ist es meistens. Äh, dann... Purchase Gift Traits. Und zwar Sexuality. Hallo. So, dann kann man wieder quatschen. Ich habe eine Frage für dich. Was ist dein Lieblingspartner im Frauenbild? So, sie ist Lehrerin. Ha, was ein load of shit. Okay. Fuck. Natürlich nicht. Äh, Ach, scheiße. Ich wollte mit ihr auf ein Date. Fuck, fuck, fuck. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Ah, doch. Ich habe hier... Ah, ich habe noch nie anders. Ja, das ist ja super. So, Geburtstag von ihr weiß ich noch nicht. Größe weiß ich. Ähm, Nachname weiß ich nicht. Aber hier, äh, 40. Ich bin sicher, dass ihr es auch nicht vergesst wird. Aber es ist November 9. Okay. November 9. So, dann kriegst du hier nochmal die Ananas. Jo. Ja, das ist doch toll. Und dann gehen wir mal auf ein Date. Ich kann nicht wirklich mit dem argumentieren. O Gott, take me somewhere nice. Second take. Hiking trail. Hiking. Yay. Ich hoffe, ich bekomme keine Sch*** auf diesem Outfit. Oh Gott, da gibt's schon wieder viel zu viele blödsinnige Dinger. Aber ist egal, wir machen das erstmal so und dann knallen wir da mal... Warte mal... Ja, das wär dämlich. Dann machen wir das lieber erstmal so. Das wär auch dämlich, dann machen wir das... Lieber erstmal so. Genau, das ist schon wieder kacke, wie das hier läuft, ganz ehrlich. Also, mit diesen Hauptdingern. Wir machen das jetzt trotzdem erstmal so. So, dann ziehen wir mal ein bisschen Sentiment ab, glaub ich. Wie krieg ich denn dich da rüber eigentlich? Geht das so am besten? Oder mach ich da lieber so? Ja, ich glaub, ich mach lieber so. Äh, scheiße. Nein, mach ich nicht. Das heißt, ich mach erstmal so. Ähm, das droppt dann darunter, das wär doof. Das heißt, ich mach erstmal so, ne? Ich glaub, das ist das Beste, wenn ich... Was ich machen kann. Erstmal hier. Zack. Sie steht auf Sex. Also hier. Knall mich mit. Boah, seht ihr das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020